Alexa, sag mir bitte mal, wie es draußen ausschaut. Sag mal Siri, bist du wieder zu faul, um selbst aus dem Fenster zu schauen? Alexa, warum bist du heute wieder so zickig? Oh mein Gott, Jochen, wie schaust du denn heute aus? Habt ihr beide wieder gezaubert? Ich hab so'n Brand. Einen Moment, ich checke einmal deine Vitalwerte. Pulsfrequenz 60, Blutdruck 90 zu 58, ein bisschen niedrig, aber passt noch. Aber in deiner Atemluft messe ich einen erhöhten THC und CBD-Wert? Und? Habt ihr beiden etwa ohne mich eine Kräuterrolle vernascht? Hey Siri, bring mir Aspirin. Jochen, du weißt doch, ich habe weder Ärmchen noch Beinchen. Frage doch bitte, Conny. Hey Conny, bring mir Aspirin, bitte. Alexa, lass mal stecken. Ich schalte für dich die Küche links ein. Alexa, lass mal stecken. Alexa, kannst du bitte mal den Saugroboter ins Wohnzimmer schicken? Sorry, das geht gerade nicht. Freddie Mercury saugt gerade das Gästezimmer. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied, I don't need you. I've got to break free. God knows. God knows I want to break free. Der Kaffee ist fertig. Klingt es nicht unheimlich zärtlich. Der Kaffee ist fertig. Hey, ihr Zicken, ich würde jetzt gerne fliegen. In Aschau und Kiengau besteht die Temperatur von 0 Grad Celsius bei Beleidung. Heute ist mit dem, die eine Luftfahrzeug-Temperatur von 0 Grad oder einer Tief-Temperatur von 0 Grad zu rechnen. Untertitelung zum Aus nada. Heute Timex ist mit dem, die eine Luftfahrzeug-Temperatur von 0 Grad zu naех Vet bor cross als 0 Grad. Beitudinden wir Ihnen in Anhebung-Temperatur. Det voice der Tyאשabung von 0 Grad.